Willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt mir ein Video von Kaiser zugeschickt, das ich mir anschauen soll zusammen mit euch. Das werden wir heute machen. Unten in der Beschreibung findet ihr das Original von Kaiser. Und ich würde sagen, haltet euch fest. Einigen von euch wird sicherlich der Puls gehen. Das Video heißt Das schlechteste soziale Experiment des Jahres. Ich kann mir schon vorstellen, dass eine Person extrem viel Mist von sich gegeben hat, extrem viel Shitstorm bekommen hat und dann gemerkt hat, das Ganze wäre doch besser als soziales Experiment abzustempeln, damit man sagen kann, hey Leute, das war doch nicht meine ernste Meinung. Oh Gott, ich habe Angst. Jascha Flex ist ein TikToker, der in letzter Zeit sehr ungewöhnlich hat. Genau, der wurde mir auch schon vorgeschlagen. Den habe ich direkt weiter geswiped, weil so einer darf auf meiner For You-Page nicht eine Sekunde ausreden. ... Aussagen in seinen Videos bringt. Dieses Video geht an meine Gymkollegen. Genau das wurde mir angezeigt, warum es unattraktiv ist, wenn eine Frau ins Gym geht. Die ist richtig attraktiv, wenn ein Mädchen im Gym trainiert. Meiner Meinung nach finde ich das gar nicht attraktiv. Ich finde es sogar ekeler. Wenn die Frauen einfach Schamgefühl haben sollen. Wir wollen endlich einfach nur die Aufmerksamkeit von den ganzen Menschen haben. Und du willst die Aufmerksamkeit von den Frauen nicht haben, wenn du trainieren gehst? Du trainierst einfach nur für dich? Warum trägst du ein Axel-Shirt? Willst du es andere Frauen nicht anschauen? Ihr habt schon gelesen, meine Freunde, das war anscheinend ein Teil von seinem sozialen... Wisst ihr, was hier das Problem ist? Der Typ ist einfach eifersüchtig und kommt nicht drauf klar. Diese Eifersucht, dass Frauen von anderen Männern angeschaut werden. Ich persönlich trage beim Training eine enge Leggings. Erstens, eine enge, feste Leggings hält meine Haxen schön fest, weil ich mache immer 20 Minuten am Ende des Trainings eine Laufsession. Und es fühlt sich für mich als Frau unangenehm an, wenn ich laufe und meine Beine abbeln. Wenn ich ein Bauchtraining mache, habe ich beispielsweise ein bisschen bauchfrei an, weil es mich viel mehr motiviert, meine Muskeln dabei zu sehen. Ich habe nicht das Problem, dass Männer mich irgendwie belästigen im Gym. Im Gegenteil, überhaupt nicht. Also keine Ahnung, was er schon wieder für ein Problem hat. Wir schauen mal weiter an. Experiment. Und dass das komplett gefehlt ist, muss ich euch, glaube ich, nicht sagen. Aber wer ja schon genau ist und was er so gemacht hat, das schauen wir uns heute an. Hallo. Ich werde mit euch... Ich habe noch nie was von diesem Jasch gehört. Bei mir war das genau das Gleiche, aber das ist bei den meisten TikTokern so. Wenn das der Fall ist, dann habt ihr das beste soziale Experiment seit Ahmad verpasst. Ich verstehe wirklich, wenn Leute TikTok das erste Mal sich installieren. Ich habe auch sehr viel Idioten vorgeschlagen bekommen, dass man denkt, was ist denn das? Der Algorithmus lernt dich relativ schnell kennen. Bei mir sind zum Beispiel sehr viele Sachen über Kochen drin, Tanzen, Tiere, alles, was mich interessiert. Und natürlich auch manchmal so ein Unfall wie der. Aber ansonsten kann ich mich nicht beschweren. Kurz zu ihm. Sein Alter ist unbekannt. Also er ist 18, aber das steht halt unbekannt. Er ist 1,85 groß, Iraner, Spanier. Vom Sternzeichen ist er Oktopus oder so. Und dann schreibt er einfach, Jaro, 21 Zentimeter. Alles klar. Ja, passt. Meint er damit seinen... ...Lümmel? Also ich finde, das sagt halt einfach schon alles aus, ne? Das ist eigentlich schon... Eigentlich können wir das Video schon beenden. Das schreibt er natürlich nicht, weil er irgendwelchen Frauen imponieren will. Ich wette mit euch, aber wenn eine Frau ihre Brustgröße hinschreiben würde, wäre direkt, ihr wollt nur alle anderen Männer geil machen. Ich weiß Bescheid, der Typ macht jedenfalls TikTok und zwar zwei Arten davon, nämlich Liebestipps und Fitness. Ja, von einem 18-Jährigen, der seine Stipi-Länge in einen TikTok schreiben muss, weil er denkt, dass das eine Frau imponiert. Er hat wahrscheinlich schon sehr viel Erfahrung in seinem Leben gemacht. Ihr werdet es mir nicht glauben, aber ich meine das wirklich ernst. Ja, ich habe jedes einzelne von seinen TikToks gesehen. Boah, da bist du aber echt. Also Kaiser, allein dafür, da nach oben, Mann, wirklich, dass du dir das geben kannst. Wir sagen es jetzt alle gemeinsam. Danke, Kaiser, dass du dir den Scheiß für uns antust. Danke, Kaiser. Warum hätte ich gesagt, wir schauen einfach mal ins Erste rein. Wie man seine erste Liebe vergisst. Naja, schade. Ich hatte gerade Hoffnung, dass du jetzt was Nützliches sagst, aber wirklich. Bro, da muss ich... Aber lass den mal erwachsen werden, Leute. Und der ist halt noch ein Baby. Ich finde, dagegen ist ja nichts Schlimmes, wenn du wirklich gute Videos machst, wie man damit umgeht, weil jeder von uns, oder vielleicht werdet ihr es auch noch erleben, der erste Herzschmerz, du bist zuerst traurig, bist dann wütend, wie kommst du dann... Es macht viel mit deinem Selbstvertrauen, je nachdem, ob du auch Schluss gemacht hast oder betrogen wurdest oder verlassen worden bist. So Videos sind ja an sich gut. Und ich glaube, dass auch sehr viele junge Leute diese Videos von ihm konsumieren. Aber da sage ich es halt wieder, der Einfluss der Influencer ist teilweise leider größer, als man denkt. Und wenn du so eine Scheiße... Deswegen halte ich von sozialen Experimenten halt nichts. Weil du musst auch immer sicher sein oder kannst dir ja nicht davon ausgehen, dass wenn 200.000 Menschen dein Video gesehen haben und du da Scheiße laberst und du danach wirklich beweisen kannst, das war ein soziales Experiment, immer noch ein Drittel der Menschen dich nie wieder schauen werden und das Denken, was du da von dir gegeben hast. Und ganz wichtig, das dümmste TikTok 2022, also halt der gesamte Prozess. Wir gehen heute all diese Schritte gemeinsam durch mit ein paar Extras hier und da. Und by the way, danke an Unico, dass du mich auf dieses Thema aufmerkst. Deutscher Andrew Tate verbietet Frauen ins Gym zu gehen. Ach ja, Unico, den mag ich, den schaue ich öfter. Da kriege ich immer so alles mit. Ich liebe solche YouTuber, die sich mit sowas befassen. Dank dir habe ich mir drei Stunden am Stück seinen Content reingezogen. Es war Weltklasse. So, okay, fangen wir mal an, nur so als Randinfo. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann war er in einer Beziehung mit irgendeinem Mädchen und die hat ihn dann verlassen. Und jetzt macht er halt diese Liebes-TikToks. Warum du niemals einer Frau hinterherlaufen solltest. Wenn wir der Frau hinterherlaufen, verliert sie Interesse, weil wir dann zu anhänglich werden. Dieses Video geht an alle Frauen. Ist das bei euch ein Fakt? Vor allem an alle Frauen, ne? Das heißt schon so wieder dieses alle in einen Topf stecken. Jede Frau denkt so, jede Frau ist so. Und es ist halt, wie gesagt, es ist halt Content für Kinder. So, muss man halt sagen. Es ist halt für junge Leute. Ich bin dafür zu alt für die Kacke, ganz ehrlich. Deswegen, bitte glaubt nicht immer alles, was ihr im Internet hört, auch wenn es von mir ist oder von irgendwelchen anderen Creatern, die ihr liebt. Recherchiert immer nach. Verbessert uns gern, wenn wir falsch liegen. Aber wir haben definitiv nicht die Weisheit mit Löffel gefressen. Sich zu oft bei euch meldet, dass ihr dann einfach aus dem Nichts Interesse verliert. Es ist mir egal, ob ihr jetzt... Ja, aber dann hatte sie halt auch kein Interesse an dir. Ich finde es gar nicht schlecht, wenn man im Leben auch mal gekorbt wird, weil dann holt dich das so von deinem hohen Ross runter, weil, ja, wir sind halt nicht die Geisten. So, nicht jeder Mann wird auf mich stehen, genauso wie jede Frau nicht auf ihn stehen wird. Und ich glaube, manche Menschen kommen damit nicht klar. Sie verbinden dann quasi diese Absage mit, alle Frauen sind so und das lag jetzt nur daran, dass ich mich zu viel gemeldet habe. Nee, die hatte halt keinen Bock auf dich. So, Punkt. Dann halt, dann probierst du es bei der Nächsten. Sag, nein, bei mir ist das nicht so. Doch, bei dir ist es genauso. Nee, Junge, Bro. Ach Mann, das kriege ich schon fast Muttergefühle. Ich kriege wieder einen Milcheinschuss, Mensch. Okay, verstehe. Also, er hat eine gedatet, die zu viel Aufmerksamkeit von ihm bekommen hat. Oder zumindest geht es halt darum. Ich glaube, wenn du zu jung bist, dann checkst du noch nicht. Ganz ehrlich, ich habe auch schon Typen viel zu oft geschrieben und die hatten halt einfach keinen Bock auf mich. Ja, und? Ganz, dass es auch was zwischen zu viel und zu wenig Aufmerksamkeit gibt. Das nennt sich halt, ich weiß nicht, normal. Das ist halt ein Gedanke. Aber das ist ja auch genau das, was irgendwelche Coaches, Love-Coaches dann immer einreden wollen, dass es eine Anleitung für Frauen gibt. Es gibt auch keine Anleitung für Männer. Jeder Mann ist anders. Ich hatte jetzt schon in meiner jetzigen Beziehung fünf Beziehungen und ich kann sagen, jeder von denen tickt komplett anders und es gibt keine allgemeine Anleitung. Warum wir das immer so objektifizieren müssen. Danke so von wegen, ja, ich mache ja eh schon alles, was du willst und ich opfere meine ganze Zeit und ich schreibe Liebesbriefe und so. Versuche einfach ganz normal zu sein. Wenn du wen kennenlernst, dann gib dir Mühe und so, aber sei halt nicht so aufdringlich. Ja. Ich glaube, Jascha hat das tatsächlich dann auch eingesehen. Warum solltest du nie die Antwort, warum man schnell das Interesse verliert? Niemals, wenn du die richtige Person kennenlernen möchtest, am Anfang beziehungsweise in der Beziehung sogar nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken und nicht so viel machen. Ist etwas im Überfluss vorhanden, fällt der Wert. Und wenn es nicht überflüssig ist und selten ist, einfach die goldene Mitte so. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Sei einfach du selbst. Ja, genau. Goldene Mitte. Das habe ich gemeint. Ich glaube, da hat er sich dann mit der Zeit aber auch ein bisschen zu viel reingesteigert. Also versteht mich nicht falsch. Wenn eine Beziehung von dir nicht funktioniert hat, weil du irgendwie zu aufdringlich warst oder zu viel Zeit da reingesteckt hast, dann hat es halt von Anfang an nicht gepasst und selbst wenn er sich verstellt hätte, wäre doch in der Beziehung nie er selbst. Was dem anderen dann ein bisschen unangenehm war, dann mach gerne zwei Schritte zurück, aber ich glaube, irgendwie hat er gleich 20 Schritte zurückgemacht. Bro, du willst wissen, wie du deine... Traurig, aber wahr. Den Crush bis zu 100% kriegst, dann hör mir zu. Nein. Diese Musik. Sie darf nicht die Einzige sein, mit der du schreibst. Du musst sie einfach schlecht behandeln, damit du sie kriegst. Was? Und so eine Kacke labert der und es gibt Jungs da draußen, die das annehmen und Mädels. Bitte glaubt diesen Bullshit nicht. Das ist einfach Fakt. Okay. Es ist einfach Fakt. Wenn du einen Fakt von dir gibst, dann musst du aber auch, wie wir es schon gelernt haben, auf der anderen Seite den Beweis liefern. Ganz kurz muss ich da unterbrechen, ja. Wenn ich eine Frau bekommen will, dann muss ich mit anderen Frauen gleichzeitig am Chatten sein. Das ist einfach Fakt. Du, ich weiß nicht, ob das wirklich so ein Fakt ist. Bei mir hat das halt auch ohne funktioniert und gerade auch dieses Du musst sie schlecht behandeln. Das finde ich halt ganz, ganz, ganz kritisch. Weil wie gesagt, und das finde ich wieder zum Thema Influencer und jeder kann seinen Müll öffentlich verbreiten und seine Meinung, es wird da draußen jetzt Menschen geben, die das aufsaugen, die das genauso handhaben werden, nicht sind, wie sie sind, weil sie irgendeinen dahergelaufenen Typen auf TikTok irgendwas glauben, was da später als soziales Experiment verkaufen wird und das finde ich kritisch und du wirst diese Menschen vielleicht auch nie wieder erreichen. Das ist so ein Tipp, den hast du wahrscheinlich bei Netz ultimativer Schulwahnsinn gesehen. Aber was ist aus der goldenen Mitte geworden? Vorhin war es die Mitte zwischen zu viel Aufmerksamkeit und zu wenig und jetzt ist es gar keine und du musst dann auch mit anderen schreiben. Und wenn du sie in der Schule siehst, dann spuck sie an die F***. Nur so bekommt man Frauen. Also irgendwie haben wir es jetzt geschafft, dass wir einen kompletten 180 hinlegen, aber ab dem nächsten TikTok habe ich mich wirklich gar nicht mehr ausgekannt. Dieses Video geht an die Frauen. Alles hat seine Grenzen. Natürlich verlieren wir Jungs die Interesse, wenn ihr euch zu oft meldet. Irgendwann f*** das auch einfach ab. Wenn ihr die ganze Zeit sagt, ja, wohin gehst du? Was machst du? Dies, das? Wir schätzen das wert, aber es ist einfach zu viel. Ehrlich, es ist einfach zu krank. Hä? Also diese letzte Meinung, dass zu viel Aufmerksamkeit nervig ist. Ich meine, ja. Vor allem hat er sie nicht eigentlich gerade widersprochen? Gut, man kann seine Meinung ändern. Ich versuche nur gerade die Handlung irgendwie nachzuvollziehen. Ich finde, er geht immer wahrscheinlich von aktuellen Beispielen in seinem Leben aus, wo er zum Beispiel gerade mit dem Mädel schreibt und die nervt ihn, weil er ihr zu viel schreibt und das projiziert er auf alle. Das ist es eigentlich. Also zuerst war er zu nett und hat dem Mädchen zu viel Aufmerksamkeit gegeben. Das wollten sie nicht. Jetzt ist ein F*** Boy, damit er eine Freundin bekommt. Dann regt er sich über Mädchen auf, die genau das Gleiche gemacht haben, wie er vorher. Und dann postet er aber wieder solche Videos. Dieses Video geht an die Jungs, die es nicht wertschätzen. Eine Sache. Dieses Mädchen, was dich die ganze Zeit am Nerven ist und dich die ganze Zeit fragt, was du machst, wo du bist. Dieses Mädchen darfst du nicht verlassen, denn... Och Gott, und dann noch diese sentimentale Musik dahinter und dieses Rumgesäusel. Wenn du dieses Mädchen verlässt, wirst du an einem Punkt sein, genauso wie ich, wo ich jetzt an diesem Punkt bin. Ja, guck, er redet über seinen aktuellen... Er verarbeitet einfach seine aktuellen Frauengeschichten in TikToks, ist emotional, unsachlich und belegt Fakten oder legt Fakten auf alle Frauen, weil es eine mit ihm gemacht hat. Das ist glaubwürdiger Content. Du, Yasha, ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht von dir. Ich kenne mich im Moment halt wirklich gar nicht mehr aus, aber wenn du viele von seinen TikToks gesehen hast, dann wird dir bewusst, dass das halt automatisch so passiert, weil er ändert seine Meinung wirklich daily. Also das ist jetzt nicht einmal scherz gemeint oder so, das ist wirklich passiert. Am 15.04. postet er sechs Optionen, um vor dem Sommer attraktiv auszusehen. Punkt Nummer vier, lass die Oversize-Kleidung, trag lieber enge Klamotten, um den Körper zu zeigen. Aber warum tragst du deinen Körper? Du bist ja nur Aufmerksamkeit von anderen Frauen. Das könnte man als guten Tipp auffassen, einen Tag später sechs Wege zehnmal besser auszusehen in nur einer Minute. Punkt Nummer drei, trage breite Hosen und Oversize-T-Shirts. Frauen lieben es. Plus. Das wird ja immer verrückter mit der Mode, oder? Ja, der macht das, er versucht halt einfach alles abzudecken und Reichweite zu bekommen und auf TikTok geht das erschreckend einfach. Für mich hat die Reichweite auf TikTok zum Beispiel, ich mach da kaum was und hab fast 400.000 Follower. Wirklich up-to-date sein. Ich mein, das muss doch irgendwo ein Troll sein oder nicht. Zumindest hoffe ich das, weil mit der Zeit hat er dann wirklich angefangen, so von diesen lustigen Videos mehr so auf diese problematischen Videos umzusteigen. Gönnt sich einfach mal das. Es ist einfach... Ist doch so, seid doch ehrlich. Fakt, dass wenn eine Frau sich freizügig anzieht, es nicht für sich selbst macht, sondern einfach nur, um die Aufmerksamkeit der Männer zu kriegen, weil sie danach süchtig ist. Ne, ich ziehe mich gerne auch einfach eng betont an. Das habe ich ja schon mal im Video besprochen, das könnte ich unten in der Beschreibung gerne einmal abchecken. Frauen, wenn sie sich herrichten und hübsch machen, das auch teilweise für andere Frauen machen, weil das mehr ein Konkurrenzding ist als andere Männer zu imponieren. Ich zum Beispiel bin immer jemand, ich bin jetzt in Beziehung, ich bin vergeben, ich brauche jetzt nicht irgendwie Aufmerksamkeit von anderen Männern, aber trotzdem möchte ich auch nicht komplett abgerannt vor anderen Frauen sein. Warum trainierst du denn im Fitnessstudio oberkörperfrei? Sei doch ehrlich. Warum postest du so Content? Wenn ihr auf Ernst eine Frau kennenlernen möchtet, müsst ihr sie warten lassen und uns zu behandeln. Also allein solche Aussagen, also wenn es mein Sohn wäre, den würde ich so die Ohren langziehen. So ekelhaft, dass wenn ihr ein Treffen miteinander ausmacht, ihr in letzter Sekunde absagt, damit sie es einfach mehr wertschätzt, denn heutzutage sind leider Frauen. Nö, ist nicht so. Ich würde mir denken, was ein unzuverlässiger Typ. Bei dem treffe ich mich nicht mehr. Das nächste, warum manche Jungs eine Jungfrau heiraten wollen? Ich nicht. In diesem Video werde ich zu sagen, das ist das Schlimmste, sagt Kaiser. Warum es manche Jungs gibt, die einfach nur eine Jungfrau heiraten wollen? Und zwar liegt es einfach daran, dass der Mann sich einfach Sorgen um seine Kinder macht. Sollte der Mann Kinder haben beziehungsweise seinen Sohn haben, dann geht er zu seinem Vater und sagt, Papa, sei ehrlich, hattest du was mit ein paar Frauen? Der Sohn würde es dann cool finden, wenn der Vater mit vielen hatte. Aber er würde sich schämen, wenn er wüsste, dass seine Mutter davor was mit anderen Typen hatte. Und deswegen gibt es halt manche Männer, die einfach nur eine Jungfrau heiraten wollen. Nicht, weil sie irgendwie unsauber ist oder so, um Gottes Willen. Die Musik! Das ist ja wohl so mit das Dümmste, was ich seit langem jemals gehört habe. Oh mein Gott. Mama, Papa, mit wie vielen Menschen hattet ihr eigentlich Geschlechtsverkehr, bevor ihr es miteinander geteilt habt? Also eine Frage, die ich generell schon einfach nie stellen wollen würde und die mich auch einfach nicht interessiert. Gerade das letzte TikTok, da habe ich wirklich sehr viel drüber nachgedacht und ich habe es immer noch nicht verstanden. Aber hey, beim Mann ist es natürlich wieder okay, bei der Frau ist es natürlich wieder etwas, wofür man sich schämen muss. Ach, ich liebe es ja einfach so. Das ist halt einfach die billigste Ausrede ever. Schau, mir ist es egal, wie viele Partner du hattest, nur unser Kind. Ja, es ist halt wirklich ein Bullshit. Bruder, ich hätte aber gesagt, wir breien nicht lang um die heiße Fackel herum und kommen direkt zu dem TikTok, was ihm eine mega Shitstorm eingebracht hat und auch zurecht, ja. Ich würde sagen, schnallt euch bitte alle mal an und genießt die Show. Dieses Video geht an meine Gymkollegen raus. Warum es unattraktiv ist, wenn eine Frau ins Gym geht? Das habe ich nur gelesen, ich habe mich sofort weggeswiped. Ich glaube, ich habe mich sogar gestumpt, ich weiß es gar nicht. Ich bin richtig attraktiv und ein bisschen im Gym trainiert. Meiner Meinung nach finde ich das gar nicht attraktiv. Ich finde es sogar ekelhaft. Einfach aus dem Grund, weil es die Freunde einfach Schamgefühl haben sollte. Ich meine, guck mal, sie hat einen gut trainierten Körper, sie trägt enge Sachen, sieht sich dann auch noch demnächst recht freizügig ab, macht eben viel Squats und hinterher ist einfach eben ein Typ, der an der Brustpuffel ist und die ganze Zeit mich mit dem Haus angucken will. So, und da hast du und nämlich ein Problem. Du hast nicht genug Selbstvertrauen, du bist eifersüchtig und kommst darüber nicht hinweg. Ich muss ehrlich sagen, ich lobe meinen Freund, mein Freund ist null eifersüchtig. Ich kenne niemanden, der so gechillt ist wie der, weil er einfach sagt, ganz ehrlich, wenn Leute dich anschauen, ist es für mich doch nur ein Kompliment. Easy. Er wird nie verhindern können, dass Männer schauen. Es ist auch komplett egal, was ich anziehe. Das muss ich auch mal sagen, ist wirklich komplett egal. Ich habe sogar eher das Gefühl, wenn ich mal engere Sachen trage, dass die armen Männer da draußen sich teilweise noch mehr bemühen, eins zu ignorieren, damit sie nicht wieder irgendwelche scheiß TikToks ins Gesicht geknallt bekommen, dass man Frauen ja auf den Arsch schaut, wenn sie Squats macht. Ganz ehrlich, ich muss ehrlich gestehen, ich als Frau schaue Frauen, die einen krassen Po haben, auch auf den Hintern. Und es gibt in Gym ganz viele Frauen, die tragen diese extrem krassen Hosen, wo der Hosenschlitz in der Mitte in den Po reingeht, dass der noch krasser aussieht. Und ich schaue da als Frau gerne hin. Und ich empfinde dabei ja auch nichts Sexuelles, aber ich glotze trotzdem hin. Und mir tut es teilweise leid, wenn ich merke, dass Männer absichtlich wegschauen, weil sie denken, oh Gott, hoffentlich fühlt ihr sich nicht belästigt. Also das kommt erst mal auch nochmal dazu. Und nochmal die nächste Frage, warum trainierst du dann oben ohne? Und warum soll das deine Frau nicht auch aufregen? Ich glaube, ihr solltet einfach mehr Selbstvertrauen haben, eurem Partner vertrauen. Und ja, seid einfach happy, dass ihr so einen attraktiven, tollen Partner habt, den andere Leute anschauen. Du als Frau würd mich voll schämen. Ich kann schämen dich als Mann, dass du oberkörperfrei trainierst, damit jede Frau dich anglotzt und geil findet. Doppel-Moral. Und du bist mir gespannt, irgendwie richtig an die Übung ranzugehen. Ganz ehrlich. Und wir wissen alle ganz genau, warum solche Frauen irgendwie sowas machen. Warum gibt es den Typen wie dich, die sowas machen? Wir wollen ehrlich gesagt, nur die Aufmerksamkeit von Männern haben, da würd ich sagen, du wirst einfach nur die Aufmerksamkeit von Frauen haben. Weil du die, er redet grad über sich. Weil sie die Aufmerksamkeit von den ganzen Frauen sind. Sprichst du grad über dich? Ja, ich frag mich, warum der wohl einen Backlash bekommen hat. Aber halt auch wieder so logisch, dass das grad von jemandem kommt, der in jedem zweiten Tipp auf Oberfläche dörferfrei herumläuft. Oh mein Gott. Das hasse ich halt so. Also, wenn man halt eine Schiene fährt und Dinge selber ausführt, dann halt dein Maul. Vor allem was genau stellst du dir jetzt vor, dass alle Frauen nur noch komplett zugedeckt und ja, nicht mit engen liegender Kleidung ins Gym gehen? Das denkst du nicht, dass sich die meisten einfach nur so anziehen, weil es erstens verdammt praktisch ist und zweitens verdammt heiß im Gym ist. Und selbst wenn es halt für die Ästhetik ist, so wen interessiert das? Und es ist einfach viel motivierender. Ganz ehrlich, wenn ich mein Armtraining mache, habe ich einen Tanktop an und es ist für mich voll motivierend zu sehen, wenn die Muskeln halt eben pumpen. Ganz ehrlich. Warum ziehen denn die Männer alle ihre Achsel-Shirts an? Oder wenn ich mein Hinterntraining mache, will ich natürlich eine eng anliegende Hose, weil es mich motiviert, meinen Hintern zu sehen, ob der jetzt auch gerade richtig aktiviert ist und wie der aussieht, wenn er dann schön trainiert ist und schön, schön aufgepumpt ist. Man sieht halt einfach irgendwelche Typen im Gym, die Frauen anstarten und denkt sich dann, ja, diese B***s sind ein Problem. Aber meine Freunde, nicht sauer sein, wir kommen gleich zur Auflösung von dem ganzen Ding. Es gab nämlich ein Statement nach dem ganzen Shitstorm oder während dem ganzen Shitstorm und ja, da schauen wir gleich mal rein. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch angeht's gut. Guckt bis zum Schluss. Gut, vor ein paar Tagen habe ich auf meinem TikTok-Account ein ganz bestimmtes Thema angesprochen, damit... So, jetzt hat er schon einen Shitstorm bekommen und behauptet, es war nur ein exsoziales Experiment. ...de ich eine bestimmte Zielgruppe erreiche und zum Glück ist es mir auch gelungen. Ja, es ist dir auch gelungen, extrem Shitstorm zu bekommen von einer extrem dummen Meinung. Deswegen danke ich euch vom Herzen, da so viele Menschen einfach aufgestanden sind, sich stark gemacht haben für Frauen. Ja, genau. Oh Gott, ich könnte so eine Doppel... Ich könnte gerade echt brechen. So eine Doppelmoral, ganz ehrlich. Mann, 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 Junge, ey, da stirbt meine Gebärmutter ab, du. Also meine Eierstöcke, denen geht's gerade nicht gut. Und das Video viral gegangen ist. Wie viele von euch vielleicht schon wissen, liegen meine Wurzeln im Iran. Dort ist die Lage momentan sehr, sehr kritisch. Nein, den macht er jetzt nicht, oder? Oh nein, er macht jetzt nicht den Move. ... gegenüber Frauen. Ey, nein, bitte nicht. Oh mein Gott, bitte nicht. Bitte geh nicht auf das Thema. Nein, Bro, mach's bitte nicht. Ja. Du willst mir nicht wirklich erzählen, dass du versucht hast, mit dem TikTok Frauen im Iran zu helfen. Wie die eingeschränkt werden, wie die unterdrückt werden, weil sie selbst nicht mal entscheiden können, wie die sich kleiden wollen. Eine Frau, die sich freizügig anzieht, macht es nicht für sich, sondern um die Aufmerksamkeit der Männer zu kriegen, weil sie danach süchtig ist. Fakt, schreibt er hin. So ein... ... 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 für unsere geschwister im iran und am ende des tages sind wir menschen und es ist doch mal die mutter von dem irgendwie erreichen wirklich völlig irrelevant ob man eine andere herkunft hat oder eine andere hautfarbe was hat jetzt die herkunft oder hautfarbe damit zu tun was halt verpasst ich verstehe nicht was hier gerade abgeht ich dachte es geht um frauen im gym und auf einmal geht es um den iran und um rassismus und so bruder weiß was ich höre jetzt auf zu unterbrechen wir drücken das ganze jetzt durch und schauen bis zum ende ich konnte das video nicht posten weil ich angst hatte dass leute das wirklich von mir denken aber als ich dann diesen zeitungsartikel gelesen hat so viel mut seit wochen protestieren die menschen im iran und sie registrieren genau wie wenig solidarität aus deutschland kommt kann er nicht mimi vielleicht einmal rauskriegen dass der artikel gerade frisch raus kam wahrscheinlich sogar nach seiner aussage sein soziales experiment und deswegen habe ich mich dazu entschieden es zu posten das ist ein bullshit das ist einfach bullshit weil dann hätte er sich einfach von anfang an als man dafür eingesetzt und gesagt ey leute unterstützt die frauen hätte nicht so ein miss gemacht einfach gelogen punkt danke noch mal jeden einzelnen auf die große resonanz auf meinem video die mir halt deren aufmerksamkeit geschenkt haben und für die freiheit aller unterdrückten menschen okay ich glaube das hat jetzt wirklich niemanden abgeholt also die kommentare habe ich damals noch gelesen wo es online war weil es wurde jetzt leider wieder gelöscht aber keine sorge er hat tatsächlich noch eins hochgeladen also es ist nicht wirklich ein statement es ist mehr so eine erklärung warum man das ganze gesagt hat by the way in dieser erklärung geht es dann auf einmal wieder gar nicht um den iran also mir fehlen die worte fehlen mir fehlen die worte 70 80 videos lade ich hoch wo ich die ganze double time spitten bin und auf einmal fehlen mir die worte oder ja schon mal rein mit schämen ich jetzt irgendwie nicht dass sie sich hier ist eine antwort auf einen tik tok ich mach mal jetzt ein beispiel wenn ich jetzt eine graue jogginghose trage was etwas enger ist und man meinen maiskolben sieht und die ganzen frauen gaffen mich an würde ich mich schämen weil sie mich angaffen und auf das da gucken damit meine ich aber nicht ja ich schäme mich und ich bin voll die schande und so sondern ich meine ich fühle mich einfach nur unwohl weißt du ja aber nur weil du dich unwohl fühlst heißt es nicht dass andere sich wegen ihren körper unwohl fühlen und eine frau trägt ja auch nicht so eine enge hose dass man ihr camel toe sieht beispielsweise kann mal passieren wenn die hose extrem eng ist aber dann würde ich mich dafür auch genieren weil ich nicht möchte dass leute auf meinen camel toe starren aber darum geht es ja gar nicht er redet ja von den körperlichen merkmalen die bedeckt werden sollen wie wahrscheinlich hintern und du hast auch einen hintern ich habe mich einfach falsch ausgedrückt ne du solltest einfach aufhören dich auszudrücken fordere dich raus ich bin 18 jahre alt lass mal bankdrück challenge machen ich werde eh gewinnen ja super das bringt aber nichts wenn es halt im hirn fehlt ne was woher kommt jetzt auf einmal die bankdrück challenge und wie ist das irgendwie relevant ja schon überhaupt nicht relevant ist einfach nur dumm wer so denkt er ist 18 leute was wollt ihr sollt der ist 18 der ist halt noch ein kind also der ist gerade gespawnt da ist noch eierschale am kopf du bist wirklich eine sehr spannende figur aber ich bin nach jedem tik tok nach jedem video was ich von dir sehen bin ich sowas von verliert und ich habe ich habe wirklich sehr viele von dir gesehen heute aber das ganze dann irgendwie in richtung soziales experiment zu lenken um dann irgendwie den frauen im iran zu helfen das ist das ist reudig weil für mich kommt so rüber setzt du irgendwas dummes gesagt auf tik tok war es jetzt nicht irgendwie hat sich damit wahrscheinlich auch nicht wirklich beschäftigt mit dem thema und umso asozialer finde ich dass man dann so ein krasses thema was gerade abgeht wo frauen für ihre rechte kämpfen und sterben zu verwenden und so heuchlerisch zu behaupten dass man genau dafür einsteht obwohl er eigentlich gerade alles dafür tut um gegen diese demonstration und und um gegen diese richtung die gerade frauen einlenken zu arbeiten indem er so eine kacke labert was frauen zu tun haben was frauen dürfen frauen schlecht zu reden genau das macht er er propagiert gegen die freiheit von frauen das macht er der ausnahme entsprechen würde ja das passiert jeden tag aber dann sich umzuschauen zu sagen ah ja fix die frauen im iran keine ahnung denen geht es gerade nicht so gut ja passt soziales experiment aber ja meine freundin was sagt ihr zu dem thema lasst mich gerne unten in den kommentaren wissen lasst mir auch gerne leute das und gerne hoppala uno abonnement da falls ihr so nicht gemacht habt ich bedanke mich für den versuch schon damit sehr gutes video von kaiser dass die mal abo da unten daumen nach oben original videos auf jeden fall in der beschreibung verlinkt und ja also bitte leute gerade in sozialen medien bitte schaut immer nach was leute sagen checkt die fakten gegen glaubt nicht immer alles was ich sag was sonst wer sagt checkt die fakten und glaubt nicht immer allen blind was das ist ganz wichtig das ist echt ein problem der heutigen zeit fake news habe ich auch mal einen tollen stream zugemacht verlinke ich euch auch drunter mit einer experiment mit einer expertin zum thema fake news wie man das ganze recherchiert ob man herausfindet ob es fake news sind oder nicht ja lasst einen daumen nach oben damit abonnt mich auch sehr freuen und empfehlt mir gerne weitere themen die wir zusammen anschauen und diskutieren ich bin gespannt auf eure kommentare dazu und zeit bitte nicht beleidigend bleibt sachlich sonst werde ich euch ich will dass wir hier faktisch sachlich auf augenhöhe diskutieren das könnt ihr aber es gilt auch für alle neuen dankeschön gibt Sorgen zu messst down und d